We are the violent Hyatt We are the violent Hyatt Verde 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 Ja selbst ist der Mann Hier wird erst mal das gute DTL Hemd noch gebügelt und yo um perfekt gewappnet zu sein für die Premiere gleich So Leute, wir sind jetzt hier im Montalban Theater und wir gucken jetzt mal kurz rein, wie das hier aussieht, das ganze Ding, wo heute die Hollywood-Premiere von Total Trash läuft. So, ihr seht, das ist hier eine Leinwand und dann gibt es hier ein bisschen drumherum ein paar schnuckelige kleine Bars mit Popcorn und bestimmt auch ein bisschen Bier für die ganzen bierdurstigen Trasher. Wollen wir mal gucken, ob den hier das Bier auch ausgeht. So, und so sieht das hier von vorn aus, wie ihr seht. Also ziemlich coole Location, sehr, sehr geil. Und ja, wir schauen gleich nochmal rein, wenn hier die Ersten da sind. Frank, es tut mir leid, aber deine Hemd muss jetzt weichen. Bei 40 Grad hoffe ich, verstehst du, dass ich das nicht dauerhaft den Abend anziehen kann, weil dann hast du einen nassen Lappen von DCL. Deswegen wechsle ich jetzt mal hier schön auf die neuen Shirts, die mich gerade hier eingetroffen sind und echt arschgeil aussehen. Ich nehme euch mal kurz mit hier. Ja, ist doch cool, ne? Das Einzige, was noch nicht so ganz passt, wie ihr mitgekriegt, ist die Musik, aber daran arbeite ich gleich. Ja, wir haben die Musik und wir haben die Flots, das ist viel besser jetzt. So, ich denke, diese Leute sind die Leute mit der längsten Reise durch den Screening heute. Ja, woher kommen Sie von heute? Ja, ich kam aus Deutschland heute. Ich kam aus Frankfurt. Ich habe drei Wochen hier in Herbst. Mit meinem Sons-Man Corrupt. Und ja, ich bin hier ein paar Stunden. Und hier ist Sean Killian. Ich komme aus einem großen Ort. Die Leute, die in der Club, haben uns auf die Bälle gestellt. Es war ein tolles Moment. Aber es war ein großes Interesse, wie diese deutschen Szene war. Wir spielen Turok. Was war Turok? Was war Turok? Was war Turok? Turok? Ja. Was war Turok? Essen. Essen, ja. Das war wahrscheinlich der beste Show in der Tour. Und wenn man alle sagen, das ist das wo das Szene kind of grew. Was war Turok? Ja. Es ist wirklich ein schönes, kleine Club. Ja, es ist toll. Ja, es ist toll. Ja, es ist toll. Es gibt ein paar andere großartige Bands. Wie zum Beispiel, du hast Holy Moses. Wir haben hier in Klom ein paar Wochen. Und Tanker. Sie waren unglaublich. Ich habe ein paar Jungs mit ihnen mit ihnen in den Jahren. Aber ich habe wirklich gegenseitigt den ganzen Set. Und sie waren einfach so badass. Alle ihre Songs sind über trinken. Aber sie sind wirklich großartige Musiker. Und die Gitar player sind wirklich tight und streitig. Und so es ist eine große Thrashband. Aber es hat ein bisschen comedy behind. Die Unterlinie ist über Party und so. Und so ist das so cool. Destruction ist eine meiner Favorites. Ich weiß sie sehr gut. Ich weiß sie sehr gut. Ja. Ja. Ich weiß sie auch nicht. Und natürlich auch die Kreatorin, CSAT Millie. Die Leute sind super tight. Spot on. Wenn sie das live. Das ist die Grund, warum sie jetzt hier stehen. Und wirklich kümmern sie. Weil sie sind da lange Zeit. Und sie sind wirklich zusammen. Sie können sich das zusammen. Super. Super. Danke für mich hier. Und für mich hier. Und für mich hier. Ja. Total Thrash. Hush! Hush! john Karrer! Wir kommen immer dort um ein Film, klar? Wir haben die Direktor, die von Deutschland gekommen ist. So, lasst uns er episodst so, dass wir mit diesen Worten sagen können. Aber bevor das, ich wirklich pleasing zu uns, die hierا sind. Vielen Dank, ihr really bedeutet viel, und vielen Dank. Danke für die Musik für unsere Freude von Thrash Metal hier. Daniel Hoffmann, bitte kommen und sagen ein paar Worte. Danke, Daniel. Danke, dass du von Deutschland gekommen bist. Michael, du bist. Okay. Oh, right. Ja, ich bin der Direktor der Film, UG-UZ. Es ist wirklich ein Freude, hier in L.A., in Hollywood. Es ist so schön, dich hier zu treffen. Ich hoffe, dass du den Film genutzt. Nach dem Film machen wir hier ein bisschen Q&A. Du kannst deine Fragen nach vorne bringen. Und auch die Merch nach dem Film nach dem Film. Ich hoffe, dass wir einen sehr, sehr schönen Abend haben. Ich hoffe, dass du Spaß hast und Spaß mit dem Film. Danke. Und auch, wir werden nach dem Rainbow gehen, um ein paar Drinks zu bekommen. Also, bitte, uns auf dem Rainbow. Und ich denke, das ist es. Enjoy den Film. Und ich denke, das ist es. Total Trash wird weltweit sein, in Thunderflix, am 4. August. Danke, dass du kommst. Und wir haben den Film. Vielen Dank. 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 Hey, guys. What's up? This is Rick from Fueled by Fire. Just wanted to let you guys know that we love German Thrash metal to the fullest. and this is directly to them, right? Yeah, but what is about Darkness? I heard about you once and you want to send them a message. My favorite German Thrash band of all time is Darkness. Dead Squad, greatest album all time for me personally. The greatest, dirtiest Thrash metal. Honestly, to me, it doesn't get any better than that. Honestly, I love so many different albums that came from Europe, Germany. I can name so many different ones, but that one is very specific to me and my heart. I love that album. You guys are awesome. So, Yucky, if you heard this, you and your band have to play with Fueled by Fire next time. Love you guys. Thank you. Thank you. What about evening? Do you like the film? The most important film? Yeah, man. We had a good time. You know what I mean? We're hanging out. We're working at the fucking bar. Fucking chill, bro. Thank you so much. Really appreciate you, man. What is your favorite Thrash band from Germany? From Germany? Creator. Okay. 100%. Yeah. That was fast as a shark. Yeah, I really appreciate it. As you say, it might accept. Yeah, all the Creator footage. Creator, it has to be. I'm sorry. Those are good bands. Yeah, okay. They have to be! And they, they Oooh! The